Das ist sehr interessant für alle Boys und Girls da draußen. Viele Leute fragen immer, Apo, R.I.D., was ist das Geheimnis, um immer fresh zu bleiben? Fresher Boy oder freshest Girl. Einer der Grundrezepte, das kann ich euch mal kurz so empfehlen, ist das Intervallfasten. Ihr lässt zwischen der letzten Mahlzeit und der nächsten Mahlzeit am nächsten Tag, whatever, 16 Stunden Abstand. Im Optimalfall. Man kann auch 12, 13, 14, 15 aber wenn ihr Macher seid, aktiviert ihr 16 Stunden und das mache ich seit original fast zweieinhalb Jahren. Boom. Boom. Und guck mal, wisst ihr, was das bringt? Laut einigen Studien, jetzt schnallt euch an, Freunde, schnallt euch an, kann das den HGH-Wert, also den Human Growth Hormon, also den Wachstumshormon, also das, was euch so fresh macht, kann das um bis zu 2000% steigen. Bis zu 2000%, je länger ihr das durchzieht. Das heißt, der Hase läuft einfach besser. Das ist das Ding, Freunde. Deswegen, Intervallfasten ist auf jeden Fall so eine Sache, das mache ich auf jeden Fall fast every day und ich denke, werde ich auch weiter durchziehen.